Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder unterwegs. Wir wurden hier hergerufen zu dieser Stelle, weil hier ein Fahrrad im Wasser liegen soll. Da unten kann man es sehen. Es sieht zwar eigentlich nur wie ein Reifen aus, aber es liegt noch eine ganze Menge andere Zeug da drin. Da gucken wir gleich mal runter, was da alles noch dazwischen liegt. Ihr seht auch schon Straßenschilder und alles. Na ja, wir gucken mal, was hier so geht. Seid dabei, guckt zu, bis gleich! So, jetzt sind wir auch unter die Brücke gegangen. Hier ist ein bisschen Ruhe auf jeden Fall. Hier sieht man es. Zack, und da haben wir es schon. Gut, das erste Teil haben wir schon mal. Zack, raus ist es. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen hier. Mit einem richtig schicken alten Schlüssel. Alihep. Mit einem Teil, was ich nicht zuordnen kann. Sieht ja komisch aus. Ein kleines Taschenmesser. Und das erste Mal Geld. Pling, pling. Oh, noch einer. Und noch einer. Hepp. Boah. Ah, kriegt man nicht mehr Angst, wie schwer. Das ist illegal. Mit genehmigung? Ja. Aber gut. Da haben wir die Fahrradkette. So ein Stück vom Fahrrad. Ab wo, ne? Ah, einen Bolzen. Das ist für die Eiswaffel. Ah, was ist denn los hier? Ein Rohr. Und was ist das? Ah. Au. Ah. Was denn? Finger? Ah. Schlüssel und Finger. Oh, ey, was. Ah. Ah. Hör mal auf jetzt hier. Ah. Was ist denn da? Ich weiß nicht. Sieht komisch aus. Guck doch mal. Was ist denn das? Noch mal eine Wunderlampe. Guck mal. Einmal Geld. Ja, aber es ist irgendwie so. Guck doch mal hier. Was ist denn das? Das ist eine gute Frage. Was ist denn das? Hey, kitzelt hier oben. Das ist schwarz und da drunter ist irgendwie... Wie Kupfer irgendwie. Ja, sieht so aus, ne? Und hier ist auch noch mal Geld dran. Guck mal da. Hä? Wie kommt denn das Wasser ran? Wie kommt denn das Wasser ran? Wie kommt denn das Wasser ran? Ah. Guck mal. Verstehst du das? Ne. Keine Ahnung. Ist magnetisch. Äh? Ist ja komisch. Mal's zu Hause genauer angucken, wa? Ja. Aua! Ach, das ist doch richtig schwer magnetisch. Boah. Krass. Goldene Löffel. Ja? Und nochmal eine Münze. Und noch eine Münze. Kommt gleich in ein Eimer nachher alles. So, das war Tatsache eben gerade die Kamera ausgestiegen. So ein Mist auch. So konnte ich euch nämlich nicht zeigen. Aber das mache ich jetzt, ne? Dass der Magnet schon wieder komplett voll mit Geld ist. Einmal. Zweimal. Müll. Hier noch einer. Dreimal. Viermal. Zack. Zack. Rein damit. Rein damit. Das ist der größte hier. Ah. Fast drin gefallen. Ist wahrscheinlich auch ein alter Löffel drin. Da ist noch ein Löffel. Da klemmt eine Münze. Da klemmt noch eine Münze. Da klemmt noch eine Münze. Das ist schwarz. Das klemmt eine große Münze. Die ist auf jeden Fall interessant. Die gucken wir uns mal gleich genauer an. Hier klemmt noch eine Münze. Schrott. Ein Schloss. Noch eine Münze. Schrott. Noch eine Münze. So. Und eine Batterie. Alle mal ein paar Leute einladen. Und gleich. Schicken. Dann machen wir die 10.000 gleich 10.000 Zuschauer voll. Was denkst du denn? Stillhalten musst du mal. So dass ich übrigens sieht. Weiß ich nicht. Geht ja an einem Sonntag nochmal. Müssen wir schauen. Ich weiß es gar nicht. Zack jetzt nur so rum. Wir wissen jetzt was es ist hier. Guck mal das ist irgendwas. Und eine Münze. Irgendwas in der Art oder? Ja sieht aus wie eine Münze. Und die 10.000 likes haben wir voll. Geil. Vielen Dank. Sehr cool. Dankeschön. Perfekt. Packen wir das mal ein oder? Mach das. Okay. Gut. Was kommt als wir so gewohnt sind. Ist doch wirklich jeder Magnet immer. Komplett voll. Mit irgendwas. Von Granatsplittern. Über. Kleine Rohre. Haken. Fahrradschlösser. Und alle möglichen Zeug. Guck mal jemand. Was das ist. Scotty. Ja. Also das ist ja ein wunderschönes altes Buttermesser. Ja. Das ist schon mal sehr geil. Das ist keine Ahnung. Egal. Aber was ist das? Eine Bremsscheibe? Nee. Es ist an Holz angeschraubt gewesen. Eine alte Bremsscheibe? An Holz. Ja. Autos. Die alten. Also ganz alte Autos. Meinst du? Ja. Vielleicht. Mit Holzschrauben. Nee. Schrauben sind nicht aus Holz. Nee. Aber hier guck mal. Das sind ins Holz rein Schraubschrauben. Schraubschrauben. Keine Ahnung. Und die Held ist auch dabei. Oh oh. Und? Wovon ist das? Ein Fahrradpedal. Eins. Sechs. Fünf. Vier. Guck mal. Zwei. Eins. Und öffnen. Schraubschrauben ist leer. Ach ich weiß es. Ich weiß es. Ich liebe dich. Von Olaf. Ein Tiger von 90. Raschad 31. Minka findet eine Rose. Vielen Dank. So. Na? Wer weiß es? Ich weiß es. Ich weiß es. Oh vom Telefon. Vom alten. Oder? Ich bist du doof, dass du jetzt kennst. Schreib mal ein SRS kurz. Nee. Ich weiß nicht. Das ist ganz leicht magnetisches. Eine Taschenlampe. Guck mal. Pass auf. Ganz leicht du. Geil. Oder? Ja. Cool dummer. Geht dir noch wahrscheinlich nicht. Lenny hat dir mehr als 10 Leuten geteilt. Geil danke. Nee. Geht nicht. Mendy danke für zwei TikToks. Alter. Hey. Geht noch? Guck mal. Ist das cool. Geht cool. Voll unter Wasser. Boah. Er findet was. Ein Handy. Geil. Kannst du anrufen. Wen soll ich anrufen? Mama. E.T. kannst du anrufen. Ich seh jetzt schon liegen. Ach nee. Lohnt sich ja wieder hier. Hier. Mach mal raus. In den Dingern machen wir die Scheiß. Ja das stimmt. Hauptsächlich. Kann ich rausholen? Ja. Echt jetzt? Ja. Toll. Du schaust mir zu. Fühling. Einmal gießen. Oh hier Scotty. Oh cool. Guck mal hier. Teil von einem alten Spielzeugauto. Geil. Mit einem Rennwagen. Stimmt. Cool oder? Ja sehr cool. Oh mega geil. Aber es ist schon so schwer ist ja. Ja. Okay. Weibel abwand. Oder? Ja das ist ein Zwiebelarmband. Was du auch hast oder? Ja genau. Hat nun nicht funktioniert hier. Aber Scotty komm mal kurz her. Ich muss mal hier ins Wasser greifen. Guck mal her zu mir. Guck mal da. Ey greif rein. Siehst du das? Oh das ist tief was man denkt. Guck mal. Ein Pferdchen. Ein Pferdchen. Cool. Ach guck mal Scotty. Jetzt kommen die geilen Funde. Boah. Oder? Guck mal hier. Geil. Ist das cool? Ich hab was ganz krasses. Was richtig krasses. Was richtig krasses. Ich mach das auf weg. Das ist langweilig. Ich mach das Cuttermesser auf weg. Das ist langweilig. Aber das Ding. Was ist das denn? Das ist. Verstehst du es? Eine Messergürtelschnalle. Eine Messergürtelschnalle. Ist das krass? Das ist sehr krass. Wie sieht es eigentlich aus mit deinem Führerschein Scotty? Mit deinem Führerschein? Ja. Wieso? Was ist denn da? Weiß nicht. Chat. Was ist denn das für ein Schlüssel von welchem Auto? Welches Auto ist das? Und? Ihr? Was ist denn für ein Schlüssel? Boah. Das ist eine gute Frage. Was ist denn für ein Schlüssel? Schlüssel? Was ist denn das für ein Schlüssel? Aber das ist ein... Also eindeutig. Aber wirklich ein Passat. Das ist ein Passat. 100% ein Passat. Aber vielleicht geht der noch. Der geht noch. Der geht noch. Der leuchtet. Da. Autosuchen. Autosuchen. Komm. Autosuchen. Und ein Messer. Der leuchtet noch. Ich mache jetzt hier noch so 2, 3, 4, 5, 6 Würfe. Mal gucken was so kommt. Ihr habt inzwischen die Zeit mal ein bisschen rein zu gucken. Und die Glocke zu aktivieren. Ein Abo und Like da zu lassen. Hier gibt es gerade eine Zange nebenbei. Mal schnell. Zack. Magneten wieder rein. Schaut auch auf Instagram und auch auf TikTok vorbei. Der Scotty hat die ganze Zeit bei TikTok gestreamt. Da kommen immer regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag so ein paar kleine kurze Videos. Ihr könnt auch mal gerne auf Mini-Maskottchen vorbeischauen. Wer keinen TikTok hat. Da kommen auch kleine lustige Videos immer mal so zwischendurch. Wie wir es schaffen von der Zeit her. Denn wir sind ja gerade mitten im Umzug. Aber das Wasser kann auch nicht warten. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und falls ich dann doch noch etwas finde, lende ich es einfach vorher ein. Article, 10 Mal normal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. ились the next mal. Ratsch. Vielen Dank.